Mein Name ist Dorike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 14 der Reihe über Göttinnen und Götter, Helden, Dämonen und große Magier. Und heute soll es um die sumerische Göttin Inanna und ihre Priesterin in Heduanna gehen. Wir haben uns die letzten Male Texte angesehen, aus griechische Texte und lateinisch-römische Texte, die aus der vorklassischen, der klassischen und auch der spätantiken Zeit stammen und einen Zeitraum von ca. 750 vor bis ca. 200 nach umfassen. Die Literatur entstammte der Kulturwelt des nördlichen Mittelmeeres, also vor allem auch dann Athen und später Rom. Auch wenn der letzte Text in Nordafrika in dem Gebiet entstanden ist, so ist es doch eine Kultursicht, die sich eben an Griechenland und Rom orientierte. Und heute wollen wir diesen geografischen Raum verlassen und uns dem Osten zuwenden, nämlich dem Gebiet zwischen Euphrat und Tigris, Mesopotamien. Und Völkern, die man die Sumerer und die Akkader nennt. Und wir wollen uns in eine Zeit begehen, die viele Jahrtausende früher liegt, nämlich drei Jahrtausende früher als den zuletzt besprochenen Text von Apuleius. Und die ein archaisches Bild der Naturgottheiten zeichnen, wie wir das schon fast auch in der griechischen Welt gar nicht mehr antreffen. Und zwar schon auch in der vorklassischen Welt kaum noch antreffen, bei Homer zum Beispiel. Und diese Texte, in deren Mittelpunkt jetzt eine Göttin in der heutigen Sitzung steht, die Inanna, diese Texte haben auf Umwegen auch Eingang gefunden in unsere monotheistischen Religionen, in die Bibel, in das Alte Testament, in die Religion der Juden, der Christen und auch der Muslime damit. Also, es geht in der heutigen Sitzung um die sumerische Göttin Inanna, die von den semitischen Völkern, den sogenannten Akkadern, aufgenommen wurde in ihr Pantheon. Unter dem Namen Ashtar und Astarte kennen sie die kanadischen Kulte am Osten des Mittelmeeres. Einen wesentlichen Anteil an der Aufnahme dieser sumerischen Göttin in das semitische Pantheon hat eine Frau gespielt, nämlich die Priesterin Enheduanna. Das war die Tochter des großen Königs Sargon von Akkad. Um 2300 vor unserer Zeit wird sie angesetzt und ihr Vater. Und Enheduanna war die Priesterin des Mondgottes und der Mondgöttin und eine große Verehrerin von Inanna. Und so wie es aussieht, stammt von ihr ein Hymnus auf diese Göttin Inanna, nämlich der Hymnus »Herrin aller Mäh, strahlendes Licht«, das wir uns dann auch in dieser Sitzung ein bisschen genauer anschauen wollen. Bevor wir uns dieser Hymne zuwenden, schauen wir uns an, was wir sonst noch über Inanna wissen aus anderen Texten über diese große Göttin. Und dazu muss man dann auch ein wenig auf den geschichtlichen Hintergrund zu sprechen kommen, der sumerischen und akkadischen Herrschaft in dem Gebiet Mesopotamien. Mein Wissen, das, was ich Ihnen heute erzähle, habe ich, wie gesagt, der wissenschaftlichen Literatur entnommen. Und da ist in erster Linie ein großer Sumerologe zu nennen, nämlich Samuel N. Kramer. Dann gibt es ein sehr einführendes und sehr schön geschriebenes Buch von Gebhard J. Zells über Sumere und Akkadar, Arbeiten von Helga Balz-Kochäus und vor allem die großen Kataloge, der Babylon-Katalog von 2008 für die Ausstellung in Berlin und eine Ausstellung in Rottenburg 2005, »Eva, Mutter aller Lebendigen«. Der geschichtliche Hintergrund. Ab dem vierten Jahrtausend vor unserer Zeit sickern in dieses Gebiet zwischen Euphrat und Tigris die sogenannten Sumere ein. Das ist ein Volk, deren Herkunft wir nicht kennen, die einer unbekannten Ethnie angehört haben und die eine Sprache gesprochen haben, die sich von unseren Sprachen, den indoeuropäischen Sprachen, aber auch den semitischen Sprachen unterscheidet, nämlich eine sogenannte agglutinierende Sprache. Das heißt, Begriffe kommen durch Verschmelzung zustande. Diese Sumerer sind gekennzeichnet durch eine hochstehende Kultur. Sie haben ein hervorragendes Schriftsystem erfunden, die Keilschrift, die bislang auch in die, ja, praktisch in unseren geschichtlichen Zeit hinein Geltung gefunden hat im vorderen Orient. Und sie haben eine Mathematik erfunden, die hervorragend war. Das sogenannte sechsergesimale Positionssystem, was von den semitischen Kulturen übernommen wurde, abgeändert wurde und was hervorragende Astronomie ermöglichte, Planetarien ermöglichte, die auch heute von den Naturwissenschaftlern immer wieder zu Rate gezogen werden, wenn man sich anschauen will, wie sich das abstrakte Denken der Menschheit entwickelt hat. Und nun hat sich herausgestellt, dass diese Sumerer in ihrer Religion Mythen hatten, die in den Bereich der Bibel übergegangen sind. Das ist der sogenannte Bibel-Babelstreit, der um 1900 in der Wissenschaft stattgefunden hat und der die ersten Hinweise auf Infiltrierungen sumerischer Götter in das Alte Testament erbrachte. Circa 2300 vor der Zeitenwende dringen nun in dieses sumerische Gebiet die sogenannten Akada ein, die Sie vielleicht besser kennen unter dem Namen der Assyrer und Babylonier. Diese semitischen Völker, zu einer flektierenden Sprachfamilie gehörend, integrierten sumerische Göttervorstellungen in ihren eigenen Pantheon, übernahmen wie gesagt die Keilschrift und die Mathematik und wandelten sie sehr intellektuell um. Und in dem Zusammenhang ist eben ganz wichtig die Enheduanna geworden, die Priesterin des Mondgottes von Ur und Inanna-Verehrerin. Was wissen wir über Mythen um Inanna? Es gibt einige Mythen, die für uns auch wichtig sind und Darstellungen dieser großen Göttin. Dargestellt wird sie auf den Abbildungen, die wir von den Sumerern haben, also auf Terrakotta-Ware oder in Stein gemeißelt. Dargestellt wird sie als Venusstern, als Abendstern und Morgenstern. Sie wird abgebildet immer in Zusammenhang mit einem Schilfringbündel, was gedeutet wird als Pfosten zu einem Tor, zu einem Tor ins Allerheiligste, ins Numinose. Als Abendstern ist sie symbolisiert und steht auch für die Nacht und die drohenden Gefahren der Nacht. Für wilde Tiere, für den Tod. Sie hat einen sehr kriegerischen Aspekt, ist umgeben von Dämonen, ist eine Löwengöttin und hat einen ganz, ganz furchterregenden Aspekt, so werden wir sie auch in der Hymne kennenlernen. Und zum anderen den Aspekt Sexualität. Sie ist die große Hethere, sie steht für Fruchtbarkeit, für sexuelle Begierde des Mannes. Sie verbindet also die schönen und die schrecklichen Aspekte des Weiblichen und der Sexualität und ist dadurch gekennzeichnet, eben durch ein Moment, was diese Naturgottheiten eben haben, durch Ambivalenz. Der Venusstern, der Morgenstern und der Abendstern ist sichtbar am Morgen- und Abendhimmel, deutlich sichtbar und er hat eben durch diesen Aspekt der Dunkelheit und dann aber auch des aufgehenden Tages Aspekte des Hellen und des Dunklen, des Zerstörerischen und der Fruchtbarkeit. Ganz früh wird Inanna schon in Verbindung gebracht zum jeweiligen Herrscherhaus. Die heilige Hochzeit der Göttin Inanna mit dem Herrscher als ihrem Gemahl wird gefeiert in mehreren Kulturen. So zum Beispiel gibt es ein großes Neujahrsfest in Ur oder auch Babylon, laut Herodot, in der die rituelle Vereinigung Inanna im Haupttempel der Stadt mit dem Herrscher vollzogen wird. Deutlich sieht man auch noch die Verbindung dieser Gottheit mit einem König im Gilgamesch-Epos, dem wir uns das nächste Mal zuwenden wollen. Da bietet sich Inanna dem Gilgamesch an, einem frühen König in Uruk, den man ansetzt ins frühe Jahrtausend vor Christus, wenn er denn gelebt hat oder nicht doch eine fiktive Gestalt ist. Diesem Heldenkönig wollen wir uns das nächste Mal mit dem Gilgamesch-Epos zuwenden. Drei große Mythen kreisen um Inanna. Das ist einmal ihr Gang in die Unterwelt, dann der zweite Mythos Inanna und der Weltenbaum und der dritte Inanna und Enki, der Erwerb der Weisheitstafeln durch diese Göttin. Inanna ist die Tochter des Himmelsgottes an. In anderen Mythen wird sie als Tochter des Mondgottes Nanna genannt und der Mondgöttin Ningal oder auch der Unterwelsgöttin Ereshkigal. Das ist unterschiedlich in den Mythen angezeigt. Sie gilt dann auch einmal als die Schwester des Sonnengottes. Sie hatte zwei Kinder und ihr Gemahl war Domusi, der uns noch in ihrem Gang in die Unterwelt begegnen wird. Diesem Mythos, Inannas Gang in die Unterwelt, wollen wir uns zunächst zuwenden. Ich lese Ihnen jetzt einen Text vor, in dem dieser Mythos zusammengefasst wird. Inanna ist die Königin des Himmels, will aber auch die Unterwelt beherrschen. Sie gibt ihre Tempel auf und macht sich fertig für die Reise, legt ihren Schmuck um ihre königlichen Gewänder, nimmt die sieben Mähbänder mit, das sind die Weisheitstafeln, auf die ich noch zu sprechen kommen werde, und schärft ihrer Dienerin und ihrem Diener ein, dass wenn sie nach drei Tagen nicht zurückkehren würde aus der Unterwelt, dann sollen sie in der Versammlungshalle der Götter eine Klage für sie anstimmen, damit sie wieder zurückkehren kann und nicht dort ewig im Tode verweilen muss. So gerüstet begibt sich Inanna zum Tor des Lapislazuli-Palastes, der Ereshkigal, der Göttin der Unterwelt, und begehrt Einlass. Sie bittet nicht, sie befehlt, sie will die Herrschaft dort übernehmen und erzählt dem Torwächter, dass sie gekommen ist, um ihre Schwester Ereshkigal, die Herrscherin der Unterwelt, und um deren kürzlich verstorbenen Gatten zu trauern, also sie mit einer Lüge praktisch verlangt, sie Einlass, wird eingelassen und muss nun an sieben Toren nach und nach jedes ihrer Machtsymbole aufgeben. An Diadem, einen Lapislazuli-Stein, Eierperlen, Brustschmuck, Armschmuck, Messstab und Messleine und ihr Herrschaftsgewand. Und sie ist jetzt nackt und ohne Macht beraubt, begehrt trotzdem den Thron der Unterwelt, der ihr aber von den sieben Unterweltrichtern, den Anunanki, verwehrt wird. Sie sehen sie mit den Augen des Todes an und hängen sie als fahles Fleisch an einen Pfahl. Drei Tage und drei Nächte warten nun ihre Dienerinnen und Diener vergebens auf die Rückkehr der Herren und dann begeben sie sich zu den Göttern und bitten um Hilfe. Der Gott Enki erhört sie, erschafft die Nahrung des Lebens, das Wasser des Lebens, das zu Erischkigal gebracht werden soll und sie sollen Mitgefühl mit den Leiden Erischkigals bezeugen, aber auf keinen Fall bei der Übergabe der Geschenke andere Geschenke aus dem Totenreich annehmen. Stattdessen sollen sie um den Leichnam von Inanna bitten, der an einem Nagel hänge und ihn mit dem Wasser des Lebens und der Speise des Lebens besprengen und so werde Inanna wiederbelebt werden. Das gelingt und die sieben Richter der Unterwelt, die Anunaki, müssen Inanna hergeben. Inanna kehrt auf die Erde zurück, doch Dämonen begleiten sie mit dem Auftrag, dass sie einen Ersatz stellen muss, wenn nicht, müsse sie zurück ins Totenreich zurückkehren. Sie reist weiter nach Uruk und findet ihren Gatten Dumuzi in königliche Gewänder gehüllt auf dem Thron sitzen. Statt also sie zu beweinen, hat er sich zum Herrscher der Welt gemacht. Inanna sieht ihn nun mit dem Auge des Todes an. Dumuzi fleht, dass man ihn retten soll, aber er wird ergriffen und nun sozusagen in die Unterwelt gebracht. Soll gebracht werden. Er bittet, in eine Schlange verwandelt zu werden, damit er zu seiner Schwester gelangen könne und diese um Hilfe bitten könne. Er kann fliehen und er wird versteckt, wird aber von den Dämonen gefoltert und schließlich doch in die Unterwelt gebracht. Was Inanna aber nun nicht bedacht hat, ist, dass kaum weil dieser Dumuzi, der Gott des Getreides und des Bieres in der Unterwelt, wächst auf der Erde kein Getreide mehr und kein Bier kann mehr gebraut werden. Sie selbst trauert um ihren Geliebten und eines Tages entschied sie sich, sich gegen Dumuzi einzutauschen. Und so ist es nun so, dass er ein halbes Jahr in der Unterwelt lebt und ein halbes Jahr sie selber. Es gibt von dieser Geschichte mehrere Varianten. In einer Variante muss Dumuzi zum Beispiel schreckliche Qualen leihen. Er bittet darum, seine Arme und Beine in Schlangen zu verwandeln, damit ihm die Schmerzen der Folter erspart bleiben. Ja, also und es bleibt aber dabei, dieser Halbjahresrhythmus, einmal kommt sie in die Unterwelt, beziehungsweise seine Schwester und einmal Dumuzi. Da gibt es verschiedene Varianten und dieser Gang in die Unterwelt wird von den semitischen Mythen aufgenommen in Ishtars Höllenfahrt, die wiederum eine eigene Variante dieses Themas darstellt. Das ist aber so speziell, das brauchen wir jetzt nicht für diese Sitzung. Der zweite große Mythos handelt von Inanna und dem Weltenbaum, dem sogenannten Hulupu-Baum. Aus dem dritten Jahrtausend vor Christus stammt dieser Mythos und erzählt, ist eine Zeit, als die Schöpfung der Erde und der Götter vollzogen war und nun die Zuständigkeiten der Götter festgelegt werden. Der Gott An bekommt den Himmel, der Gott Enlil wird der Luftgott, der Luftraum, Enke wird der Gott der Weisheit und Erischkigal wird die Göttin der brachliegenden Orte, der Hölle, der Unterwelt. Und nun Inanna war zu dieser Zeit noch nicht im Besitz von Machtattributen und deswegen Anweisungen von An- und Enlil gebunden. Sie reist ziellos durch das Land, entdeckt am Ufer des Euphrates einen geheimnisvollen Baum, den Hulupu-Baum, den Weltenbaum, der die Weltenteilung darstellt. Die Standhaftigkeit des Baumes war durch Stürme des Südwendes stark eingeschränkt und Inanna ersann in diesem Augenblick den Plan, aus dem Weltenbaum die göttlichen Machtsymbole anzufertigen für sich selbst einen Thron, der sie als Regentin der gesamten Welt krönt. Inanna nimmt nun den Weltenbaum und pflanzt ihn in ihren heiligen Garten. Noch hat er nicht die volle Pracht erreicht, aber sobald er die Pracht erreicht hat, dann, wenn die Zeit gekommen ist, werde ich aus dem Weltenbaum meinen glänzenden Thron und mein glänzendes Bett anfertigen. Der Baum entwickelt sich prächtig in seinen Zweigen, setzt sich ein Vogel, der Vogel Anzu, fest, errichtet dort sein Nest in den oberen Ästen, die bis zum Himmel reichen und eine Schlange, die sich nicht vertreiben lässt, baut ihr Nest in den Wurzeln des Baumes unterhalb der Erde. Den Baumstamm macht sich die große Göttin Lilith zu eigen, zu ihrem eigenen Sitz, die mit Mächten der Luft und Unterweltgötter ausgestattet ist. Das beunruhigt Inanna sehr. Inanna bittet nach einer Weile, die Bewohner, ihren heiligen Baum zu verlassen. Es sei Zeit gekommen, aus dem Holz die göttlichen Insignien anzufertigen. Das wollen die Bewohner nicht und Inanna hat noch nicht die Macht, sich gegen diese göttlichen Wesen zu wehren. Ihre Heiterkeit verwandelt sich zusehends in Hoffnungslosigkeit. Ihr Bruder soll ihr helfen und auch der Sonnengott Utu, den Inanna nun verzweifelt anruft. O Utu, in den Tagen, als die Schicksale beschlossen wurden, als Überfluss das Land durchströmte, als der Himmelsgott die Himmel und der Luftgott die Erde davon trugen, als Erischkigal das Große unten als ihren Herrschaftsbereich erhielt, da ging der Gott, der Weisheit, Vater Enke, hinab in die Unterwelt und die Unterwelt stand auf gegen ihn und griff ihn an. In diesen Zeiten wurde ein Baum, ein einzelner Baum, ein Hulupo-Baum an den Ufern des Euphrates eingepflanzt. Der Südwind zog an seinen Wurzeln und särte an seinen Zweigen. Ich brachte ihn in meinen heiligen Garten. Ich hegte den Baum, derweil ich auf meinen glänzenden Thron und mein glänzendes Bett wartete. Dann schlug eine Schlange, die nicht vertrieben werden konnte, ihr Nest in den Wurzeln des Baumes auf und der Vogel anzusetzte seine Jungen in die Zweige des Baumes und die dunkle Göttin Lilith baut ihr Haus in seinem Stamm. Ich weinte. O Utu, mein Bruder, die göttlichen Bewohner wollen meinen heiligen Baum nicht verlassen. Ich aber brauche ihn für meinen Thron und mein Bett. So hilf mir bitte dabei. Das ist eine Übersetzung von 1999, auch aus dem Buch von Vera Zingsam, Lilith, Adams erste Frau. Der Sonnengott kommt dem Wunsch seiner Schwester nach. Er betritt den heiligen Garten von in Anna. Die Schlange wollte den Baum dennoch nicht verlassen, aber Utu erschlägt sie. Der Vogel Anzu fliegt mit seinen Jungen hoch hinauf, bis er in den Bergen des Himmels ein neues Nest bauen kann. Die Göttin Lilith zerstört ihren Sitz und flieht danach in ein unbewohntes und unerschlossenes Gebiet. Utu lockert nun die Wurzeln und fertigt mit der Bronzeachs den glänzenden Thron und das glänzende Bett für Inanna an. Und Inanna ist glücklich, dass sie nun ihren gebührenden Platz in der Götterwelt gefunden hat. Sie übergibt ihrem Bruder wertvolle Geschenke. Das ist dieser zweite große Mythos. Und in der dritten großen Mythos handelt es sich um ein Mythos, in dem der Gott Enki die Weisheitstafeln an Inanna abgeben muss. Diese Weisheitstafeln Me genannt. Also Inanna ist gekrönt worden, begibt sich in ihren heiligen Garten und lehnte sich an einen Apfelbaum. Sie legte ihr Hauptaugenmerk auf ihren Schoß und bejubelte sich selbst. Ich bin die Königin aller Sterne. Die Weisheit des Lebens kommt aus meinem Schoß, der wunderbar ist. Ich werde nach Iridu zum tiefen Süßwasser und dem Tempel des Gottes der Weisheit gehen. Die Weisheit will ich auf die Probe stellen. Enki, der Gott der Weisheit, sieht Inanna schon in der Ferne, empfängt sie prunkvoll und Inanna hat eine List ersonnen. Sie will die Weisheitstafeln Me nach Uruk bringen und deshalb macht sie Enki besoffen. Sie hat große Mengen an Bier dabei und Enki erfüllt ihr volltrunken jeden Wunsch. Im Namen des Tempels, die schöne Göttin Inanna soll als Göttin über so mehr herrschen. Hohepriesterin soll sie sein, ebenso wie sie die Krone und den Thron des gesamten Landes erhalten hat. Ich werde ihr die Erkenntnis der Wahrheit geben, dazu die Liebeskunst und die heilige Hochzeit, die durch den Abstieg in die Unterwelt und der nachfolgenden Wiederkehr gefeiert werden wird. Die Macht des Schicksals soll Inanna erhalten, die Sterne regieren, den Menschen soll sie Freude und Trauer geben. Die heiligen Tempel des Landes desto mehr sollen ihr gehören. Und nun erhält sie nach und nach die Weisheitstafeln Enkis, 14 Tafeln insgesamt. Als Enki aus seinem Rausch erwacht, sind die Tafeln verschwunden. Er fragt seine Helfer und die sagen ihm, du hast alle Weisheitstafeln übergeben. Und Enki stößt einen lauten Schrei aus, ist wütend, schickt Dämonen zueinander, um die Gegenstände wiederzubekommen, aber er kann sie nicht bekommen. Sie sind ihm endgültig weggenommen worden. Das sind die drei großen Mythen und sie zeigen nun die Entstehung einer Göttin, die sexuell äußerst reizvoll ist, die gefährlich für die Männerwelt ist, die verführerisch ist, die machthungrig ist, die wissbegierig ist, die Weisheit haben will. Und die Erkenntnis erlangt durch die Verführung des Mannes. Durch den Rausch, den sie auch verkörpert, den Bierrausch erinnern Sie sich dann, wenn man sich zum Beispiel an die keltische Göttin Mev erinnert, mit der auch das Wort Meht zusammenhängt. Also der Rausch der Macht wird verkörpert durch eine Göttin, die in der heiligen Hochzeit die Herrschaft eben auch an den jeweiligen König des Landes damit auch überträgt. Der Rausch der Macht, das ist auch das, was die Inanna verkörpert. Eine sehr ambivalente Göttin, sehr mehrdeutige Göttin, mit der man vorsichtig umgehen muss, die den Stammbaum, auch den Weltenbaum sozusagen in ihrem Paradies großgezogen hat. Wer mit ihr schläft, wird Herrscher werden, aber das ist eben auch mit Gefahren verbunden. Dann die Göttin Lilith, die sie vertreibt, die Schlange im Paradies. Wir haben Momente, die wir dann eben auch in Anklängen in der Bibel in Überresten wiederfinden werden. Ich lese Ihnen jetzt noch die Hymne vor der Enheduanna, ein Gebet der Priesterin Enheduanna auf Inanna, die diesen kriegerischen Aspekt der Göttin betont. Also Enheduanna, eine semitische Priesterin, die Priesterin des Mondgottes, Nanna von Ur, lebte ganz offenkundig diese sumerische Göttin und hat ihr eine Hymne gewidmet, die Herrin Alame. In dieser Hymne spielt sie an, auch auf politische Schwierigkeiten, in die sie als Priesterin geraten ist. Man hat sie offensichtlich der Amtswürde entkleidet, aus dem Heiligtum vertrieben und sie bittet nun in Anna, ihr zu helfen. Denn der Mondgott tut es nicht. Ich lese Ihnen diese Hymne vor in einer Übersetzung von Balz Kochholz. Herrin Alame, strahlendes Licht, lebensspendende, verehrt im Himmel und auf Erden, große Hethere, Juwelen geschmückt, die du schätztest, die Krone der Rechtmäßigkeit, die du würdig bist, des Endpriestertums, du, deren Hand die sieben Götter meh fasst, du, meine Herren. Du hast das Land mit Gift taucht, erfüllt wie ein Drache, alles Grün verdorrt, wenn du donnerst wie Ischkur, von den Bergen brichst du wie Hochflut hervor, Inanna, du Höchste im Himmel wie auf Erden, flammendes Feuer regnest du über das Land, der Himmel gab dir die Mäh, dir, die auf Raubtieren reitet, die du auf heiliges Himmelsgeheiß, als Schicksalswort sprichst, wer ermisst die Abgrundtiefen deiner Riten? Zerstörerin der Feindesländer, dir gab der Sturm die Schwingen, du führtest aus die Weisungen des Himmels, es ducken sich Herren, die Feindesländer bei deinem Kriegsgeschrei, in Furcht und Schrecken vor deinem wilden Glanz erhob man zu dir angsterfüllt Wehklagen, Weinen und Wehklagen brachte man dir da, man brachte vor dich große Klage. Im Getümmel der Schlacht ward alles niedergemacht von dir, allverzehrend bist du, Herren in deiner gewaltigen Macht, wie ein stürmender Sturm stürmst du an, gewaltiger als der heulende Sturm brausest du daher, du donnerst lauter als der Donnergott, du fauchst unheimlicher als die bösen Winde, deine Füße werden nicht müde, die Klageharfe hast du zum Klagen gebracht. Meine Herren, die großen Anunna-Götter, sie fliehen vor dir wie Fledermäuse, sie vermögen nicht standzuhalten, dem Schreckensglanz deines Angesichts, sie wagen sich nicht zu nähern, dem furchtbaren Glanz deiner Stirn. Wer kann dein zorniges Herz besänftigen, nichts kann besänftigen, dein unheiltreuendes Herz, Herren du, voll überschäumender Lebenskraft und Herzenssonne, nichts kann besänftigen, deinen Zorn, o Tochter des Suen. Geliebteste Herren, dem Himmel lieb, wende dein Heiliges, dein großmütiges Herz mir zu, Gemahlin des großen Himmelsdrachens, Herrin von Horizont und Zenit, die Anunna-Götter werfen sich vor dir nieder, wenngleich du als jüngere Schwester geboren wurdest, um wie vieles erhabener bist du doch als die großen Götter. Den Staub zu deinen Füßen küssen die Anunna-Götter. Meine Herren, ich habe dich erhoben, dich, die du alleine haben bist, Herren dem Himmel lieb, ich habe deinen Thronhimmel errichtet, habe Weihrauch aufgehäuft, habe die Riten dirigiert, habe das Brautgemach für dich gerichtet, möge dein Herz mir milde sein. Genügend, ja mehr als genug Neuerungen habe ich, hohe Herren, dir zu Ehren eingeführt, was ich rezitiert habe in tiefer Nacht. Am hellen Mittag wird es für dich, der Kultsänger, wiederholen. Ach, es ist wegen deines gefangenen Gemahls, wegen deines gefangenen Sohnes, dass deine Erregung so groß, dass dein Herz so friedlos ist. Das ist der Gesang, die Hymne der Priesterin in Hoana auf die große sumerische Göttin Inanna.